Jeder soll seinen Beitrag leisten und nicht hinten anstehen, auch für die Gesellschaft, weil es steht auch viel zu Magen. Nur wie viel das mitunter bringt jetzt Momo von USA, weiß ich nicht, ist auch ziemlich groß das Landen. Ja, es ist schon ein Dürregebiet, teilweise auch des Humors, aber schauen wir halt. Ja, wie viel Milliarden man dafür braucht, weiß ich auch nicht, aber ich werde mich halt bemühen. Und mich werde anstrengen.